Oh Gott, ich hab keine Muni mehr. Du schaffst es nie im Leben, acht Minuten auszuhalten. Jetzt schon. Ich hab mich selbst gekillt, mir war nämlich langweilig. Da oben sind solche schöne Explosionskisten. Ja, mit dem musst du ja nicht unbedingt immer spielen. Macht aber Spaß. Ah, Kettensäge, ich hör's schon. Ich verwende mal eine normale Waffe. Wow. So, und da sind wir wieder. Ich musste eben einen Schnitt machen, denn es gab Probleme. Meist auch danach Abmohar. Ja, und Wambart verloren. Und jetzt will ich das abschließen, weil ich dachte, ich bin immer noch ein Zombie. Aber das war's nicht. Werdet blind, Zombies. Hahaha. Hahaha. So. Aua. So, ich will mir noch was kaufen. Fade noch? Ja, ich kann mir noch was kaufen. Double kill. Oh. Ja, klar. Gleiches so geht. Ey, das ist doch beschiss. Was? Gleich am Startpunkt ist einer. Wie Zombie. Double kill. Wie war ihr Leben noch? Aber nur wo? Ja, klar. Nee, ist. Frau Minini, die sind ja wieder nach oben gegangen. Okay. Okay, wo ist dein Kumpel? Ah, da ist er. Das ging schnell. Nom. Prepare to fight. Ah. Ähm, bye. So, bye. Hm, ich kaufe mir keine Waffe wieder. Ich blau wieder nur mit der Pistole rum. Aber kaufe mir alle Granaten. Aber das knapp. Oh, ich sehe schon die Blutspur. Ja, die war von mir. Oh, da hinten ist noch einer irgendwo nur bei uns. Oh Gott, da ist noch einer. Nein, ich konnte ich nicht killen. Das war gemein. Ich habe schon wieder eine neue E-Mail bekommen. Muss ich lesen, während ich versuche dich zu töten. Ähm. Oh, egal. Kann ich auch hinterher lesen. So, weiterspielen. Ich guck' nur rein. Ich bin so blöd. Wo bist du denn? Da bin ich. Oh, ja. Nein, 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 nein. Nice Middy. was habe ich erwartet müssen jetzt schon camper strike spielen und wieder was habe ich erwartet ich schleiche hat nicht keiner um die schleiche stern ist ich würde schlecht aber du hast immer noch keinen schaden bekommen kein kommentar ich hätte jetzt auch voll angreifen können aber ich glaube das sind von zombie 5 gegen 1 und ich lebe noch drei minuten am stück aber das andere als spots und ich allein gegen dich das ist ein bisschen nicht während ich nachleicht dass noch einer ob es terminator irgendwie nach dem forum denn nur die haben die ip und deswegen sind ich fahr kurz mal zur sicherheit wenn der ping hat es irgendjemanden dann wissen wir dass irgendjemand von unserem forum von deinem forum ist das war noch mal die chat-taste jetzt habe ich nicht weiß nicht also wenn sie das ist für jeder sein terminator jetzt denn sie sind in ihm mit der neid hier heißt 2 m die wird die minäte aber gut nie mit der neid sein und weil die zählen nun war ein juhl und verkehrt um lebt noch nicht lebt noch mal habe abhaha brennt in der Hölle Ja, du bist tot Oh Gott, mein Deutsch war auch mal besser Schreibe Okay Ich bleibe die K eigentlich, der würde nur ganz kurz rausgehen Ja, keine Ahnung Oh, er nicht bist? Achso, du bist oben Oh, danke Okay, der war sowieso jetzt schon halb tot Aber kaum gar nicht mehr Ah, die werden immer besser scheiße Oh, fuck Kann mich irgendjemand killen mit drin? Nein, nicht hier, fuck Okay, das war jetzt einfach auch ein bisschen doof Oh, Entschuldigung, ich habe gerade aus Versehen Skype geöffnet Zombie, oh mein Gott Hey, ich glaube, du hast Feuer Ha, ha, ha Ja Mit der Zipstil kann ich mir seine Waffe krallen Oder ich will mir meine wieder Scheiße Hm, schade, ich habe keine Granaten Oh Gott, ich stehe in der dümmsten Stelle, was es gibt Oh Gott, da kommt ein ganzer Haufen War nicht nur einer Da war nicht nur einer Oh Gott, oh Gott, drei Stück, oh Gott Vier Stück Das war gemein, oder? Und irgendwie killt mich der Zombie Ah, Quatsch, das war der Terminator Das macht ja Spaß Oh Gott, ich habe mich verkauft Hm Das ist das Werden blind, Zombies Und du auch Oh, Scheiße Aber das Schöne ist, dass man kurzzeitig die gesamte Map sehen kann Nachdem, dass der Licht ist schon Oh, ich meine, das ist halb Halbverkehr Ähm, bist du dir sicher, dass du nicht in der Serverliste gewissen bist? Aua Ich habe null Ahnung auf, ähm Ja, ich bin jetzt ein Zombie, du bist der einzige Mensch von Riesenheim Okay, ich bin jetzt gegen 6, das wird, das wird spannend Nee, Terminator hat den Server wieder verlassen Nein Ja, doch Und wer ist dann ein Rartischer? Ja, das weiß ich doch nicht Ja, das ist das Gleiche Nee, 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 er kam, äh Äh, ich habe oben den Chat verfolgt Er kam nach, äh, vor ihm rein Also, die waren aber da kurzzeitig beide online So, wie dem auch sage ich, drücke jetzt B und dann You don't have a night division, Diver Ja, das ist richtig Bringt du nix Ah, nee, immer dein, wo ich will, sind die Zombies Ah, jetzt bin ich jetzt halt den Punkt verloren Alter, ich bin hier an der dümmsten Stelle, von hinten kommt man endlich ein Zombie Ja Ich brauche deine Hilfe bitte, ich bin in der Mitte Von hinten kommt die Zombies Was? Haha, gleich der erste Schuss mal, überhaupt nicht Ja, macht ja nichts noch, lebe ich ja Ich habe keine Waffe, gell? Aber by Time Pass, schade Ja, klar Tod? Was ist passiert? Äh, ich wurde gerade mit Fleisch beworfen Ah Okay, ja, von hinten kam ein Zombie und gut, da hatte ich jetzt ehrlich gesagt noch keine Chance Ich bin schon wieder von Zombie Nur noch der Bot ist, äh, lebens Ja, der ist bei mir Ja Und die hat euch wieder gegenseitig umgebracht Joa, hat ja funktioniert Eeeh, was kaufe ich mir Keine Waffe Doch, ich kaufe mir eine Waffe MP5 Hat doch vor letztes Mal so gut geklappt Oh, ne, hey Oh, scheiße, wir sind gerade in der 21. Minute Wir müssen jetzt Schluss machen, damit ich, äh Sonst müssen wir noch mit den unsinnigen Dritte Teilen machen Oh Gott Also, bis bald dann mal Ich sterbe hier noch kurz und tot Also, bis bald, falls ihr euch das angeguckt habt, abonniert uns und geht auf kooper.je.de.de. Tschüss Ja Ich muss noch tschüss sagen Ja, ich muss noch tschüss, ja